Verben Hallo zusammen! Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Verben. Erstmal werde ich euch erklären, was Verben überhaupt sind und woran man sie erkennt. Verben sagen, was jemand macht oder was geschieht. Zum Beispiel Mila rennt. Zudem haben Verben eine Grundform. Man nennt diese auch Infinitiv. Den Infinitiv eines Verbs erkennt man an der Endung "-en". Zum Beispiel rennen oder spielen. Verben können in verschiedenen Personalformen stehen. Die Personalpronomen sind ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Nun erkläre ich euch anhand des Beispiels rennen, wie sich die Endungen des Verbs in den verschiedenen Personalformen verändern. Der Wortstamm von rennen heißt renn, denn dieser bleibt in jeder Personalform gleich. Ich renne Ich renne Du rennst Er, sie, es, rennt Wir rennen Ihr rennt Sie rennen Stoppe jetzt das Video und setze das Verb spielen in die verschiedenen Personalformen. So, wenn das bei euch jetzt so aussieht wie hier, habt ihr alles richtig gemacht. Schlauberger Tipp Das, was ihr gerade gemacht habt, nennt man konjugieren. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, das Thema besser zu verstehen. Bis zum nächsten Mal! ных